www.lümmen-messtechnik.de Gastetektor Luga 1.2 Das Gerät wird eingeschaltet. Der Sensor kalibriert sich. Der Piepton gibt die Messung frei. Messung einer Gasleitung Die Gasleitung wird auf Dichtigkeit überprüft. Eine große Gaskonzentration wird nachgewiesen. Die Pegelanzeige läuft wieder auf Null zurück. Eine neue Messung kann durchgeführt werden. Batteriewechsel leicht gemacht. Batteriefachklappe entfernen. Alte Batterie ausklipsen. Neue wieder draufstecken. In die Fachklappe stecken. Und den Deckel neu drauf montieren. Der Schwanenhals ist nach allen Seiten beweglich. Das Gerät hat seine Arbeit getan. Es freut sich auf einen neuen Einsatz. www.lümmen-messtechnik.de Made by Lümmen www.lümmen-messtechnik.de Untertitelung des ZDF, 2020